So, hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Fredo und ich spiele Assassin's Creed 3. Jetzt bin ich komischerweise hier irgendwie mitten in der City. Beim letzten Mal habe ich einfach aufgehört, nachdem der da was geladen hatte. Oh, cool. Ähm, irgendwie habe ich das noch nicht so ganz raus, wie der speichert. Gehen wir einfach mal zum Aufrufezeichen. Mal wieder hier durch das Häuschen. So, die Animationen sind cool. Aber wir müssen zu dem Pferd da. Jagen sie die... Ja, jetzt war das schon weg. Achso, wir brauchen gar nicht das Pferd. Wir müssen durch die Tür. Hier ist immer mal was los. Ah, genau. Beim letzten Mal habe ich hier irgendwie Schluss gemacht. Ich habe komischerweise draußen gestartet. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Guten Abend, Gentlemen. Schaumann. Ach bitte, Charles. Ihr werdet ihn bald mögen. Ui! Catherine, ältischer Bracke. Her mit dir. Papa braucht nen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Oh! Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders keine Indianer verskraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Charles, er ist ein sehr patenter Mann. Und der steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Also, suchen wir wieder jemanden. Ich bin bereit. 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 Einige juckt es mich ja schon, hier ein bisschen rumzugucken. Die roten Punkte sind immer irgendwelche Soldaten. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, wenn wir die jetzt umbringen, dann kriegen wir hier nur Ärger. Wir möchten uns vieles mehr in der neuen Gazelle. Kann man da nicht hochklettern? Doch, da. Die Postengazelle, nur ein Penny für alles Wissensherde. Machen wir die Mission. Wunderbar. Charles? So? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, der könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Ich zeige euch, wie. So, dann versuchen wir mal, den Benjamin zu finden. Nachbarn untergetaucht. Belauschen. Nicht tödliche Waffen. Farben markiert. Markierungen bedeuten. Vorsicht, diese Ziele dürfen nicht getötet werden. Das ist eine komische Linie hier. Gehen wir einfach mal durch. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Ziels, um alle benötigten Informationen zu erhalten. Sollten wir seiner Familie schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten schiebt. Bewegen kann ich mich nicht. Die ASS, oder Anzeige sozialer Status, zeigt Ihnen den Entdeckungs... Ja, wir gehen jetzt so schnell weg. Wenn die ASS den Gegner gelb fühlt, wird er misstrauisch. Gelingen Sie sich zwischen Sexualisten zum Untertauchen. Also, wir gehen ein bisschen schnell weg hier. Weil ganz skandalösisch benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel tränkt. Eine wahrhaft schämtliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Streh-Lunke. Anderen verrufenen Augen. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Führeres. Hier, Cut und McKinney-Karte werden und auf... Ach, das geht so schnell weg hier. Kostengesetz. Eure glaubwürdige Nachrichtenquelle. Ach, der Pfeil ist genau da hinten. Ich suche nach Mr. Church. Mr. Benjamin Church. Laufen wir mal. Wenn wir an dem vorbeilaufen, werden die bestimmt misstrauisch. Waren wir jetzt mal da hoch? Anscheinend. Entschuldige. Hier gibt's Ärger. Schnell! Entschuldige, nix. St. Mary's haben wir spenden, um den Storchschad der Töchstung zu reparieren. Komm, seht ihr alle Fliegebewusstseinbürger. Hören Sie bitte raus. Hm. Seht eure Gelenke schmerzen. Große Töchstücher. Wo klettern wir den da hoch? Hier? Sieht schon besser aus. Wo klettern wir den da hoch? Hier? Sieht schon besser aus. Das sieht doch mal geil aus. Dann synchronisieren wir mal mit A. Z, R und B drücken und linke Richtung eines Heuhaufens rumbewegen. Das habe ich bei einem anderen Let's Play gesehen. Da ist ein Heuhaufen. Z, R und B. Geil.